Was können wir machen, Leute? Woher soll ich das wissen? Der ist schon zerstört. Aber wir müssen ihn reparieren. Okay. Guten Morgen, Leute. Ich bin wieder da. Mobmodus? Du überlebst noch. Hast du den Panzer 300 besiegt? Nein. Der ist zu stark. Der ist zu stark geworden. Aber wir brauchen mehr Verstärkung, um gegen die Panzer 300 zu besiegen. Aber wir haben eine Chance. Wir brauchen einen Helikopter, also einen Transporthubschrauber. Und wir werden mit dem Atombombe gegen den Panzer 300 besiegen. Okay. Ich hole mal die Verstärkung, Leute. Macht euch bereit, der Nacht wird bald kommen. Okay, Leute. Bringen wir den zum Reparaturstart. Okay, let's go. Okay, repariert. Okay, gut. Wo bin ich denn? Nein. Du wurdest zerstört. Oh ja, stimmt ja. Und was machen wir jetzt, Leute? Wir haben einen Plan gemacht. Wir brauchen eine Nuklearbombe. Der hat so eine schwarze, der hat so eine dicke Rakete. Aber so, so stark Explosions Oberfläche. Okay. Machen wir bereit in der Nacht. Es wird gleich um vier Stunden beginnen. Okay, Leute. Ja, ich hab verstanden. Okay, Leute. Wir sind bereit. Seid ihr auch bereit? Ja, wir sind bereit. Okay. Wenn der Panzer 300 kommt, dann müssen wir ihn verteidigen. Zerstören wir den. Okay, los geht's. Oh, sieht ihr? Da ist der. Okay. Oh nein. Ich bin dran. Ich bin dran. What? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.